Musik Guten Morgen, es ist Freitag der 17.11.08.51 und mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns heute live aus unserem Webinar. Wir haben heute ein Seminar und ich zeichne es trotzdem hier auf. Wir haben aktuell eine Trading Range im DAX von 23,3 Punkte. Ich hole unser Tool raus und wie ihr wisst, platzieren wir jetzt eine Order mit einer maximalen Trading Range von 15 Punkten. Die Breakout Linien werden jetzt platziert. Wir gehen mal langsam hoch. Wir gehen mal auf eine Minute Chart, schauen uns mal die Box an heute. Meine Damen und Herren, die Box heute ist Short bei 13.047, Long bei 13.061. Long bei 13.061, Short bei 13.047. Wir stellen 0,20 das Ganze ein und wir gehen jetzt scharf im Markt. Jetzt habe ich die Box angeschaltet. Tritt Nummer 1 ist ausgeführt. Wir halten fest, Uhrzeit 8.58 Uhr. Unser Gewinnziel liegt bei 13.068 Punkte. Es ist 9 Uhr, heute keine Glocke, 9 Uhr und die Order ist schon ausgeführt. Wir sind Long im ersten Trade bei 68. So, wir schauen, ob der Markt oben jetzt den Ausbruch tätigen möchte. Bei 68, wie gesagt, liegt unser Gewinnziel. Und es war jetzt live der 301 Trade. 301 Trades jetzt. Ich zeichne den Trade kurz ein. So, also live aus dem Webinar mit heute knapp 380 Leuten hier, die heute im Webinar sind. Gewinnziel erreicht, Trade Nummer 1. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr Lust habt, Montag geht es dann weiter. Gute Trades noch. Wir machen jetzt hier im Seminar weiter. Also, bis Montag.